Neulich in Aventurien, ein DSA Fan Podcast. Folge 28 Charakterbau. Wie der Spielleiter oder die Spielleiterin ein Abenteuer vorbereitet. Und dann hieß es irgendwie, ja, was ist denn mit den SpielerInnen? Wie bereiten die sich denn auf eine Runde vor? Und das Erste, was man ja machen muss, wenn man mitspielt, ist ja irgendwie sich irgendwie einen Charakter erschaffen. Oder zu einem Charakter kommen oder einen gekriegt kriegen oder so. Oder wie habt ihr es denn am liebsten, wenn ihr irgendwie in einer Runde mitspielt? Also ich habe am liebsten einen Charakter mit keinem Gitarre. Ich finde inzwischen, das kommt sehr darauf an, weil ich habe in letzter Zeit gemerkt, dass ich gerade für One-Shots, also das ist ja weniger eine eigene Erfahrung, sondern auch viel, was ich gesehen habe. Für One-Shots ist es oft ganz cool, wenn man einfach wirklich, wenn quasi Charaktere beim One-Shot dabei sind, die einfach zu nehmen, weil die halt oft ganz gut passen. Wenn man so Anspielpunkte hat, wenn man selbst einen Charakter erstellt, man halt oft auf so einen Punkt kommt, dass der eine Charakter irgendwie nicht so richtig zum Abenteuer passt. Das war natürlich auch ein Offsetting an, aber zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem eine Cthulhu-Runde als Gast mitgespielt und da war super, mit einem fertigen Charakter reinzugehen, der dann auch gut dazu gepasst hat, wo auch die Beziehung zwischen Charakteren irgendwie sehr leicht gegeben war, damit man sich losspielen konnte. Ja, Charakter mit Charakter hat Julie gerade gesagt, das war aber keine Antwort auf meine Frage. Nein, also ich kann dazu stimmen, fertige oder vorgefertigte Charaktere finde ich gar nicht so übel, wenn es mal für einen One-Shot oder schnell gehen soll oder man jetzt nicht großartige Ideen hat oder auch nicht vielleicht die Zeit hat, sich tagelang Gedanken über Werte, Charakter, Hintergrund etc. zu machen. Wenn man es dann doch etwas individueller oder persönlicher haben möchte, also ich habe so hier und da Charaktere, die ich erstellt habe, ja, die spiele ich und dann gibt es natürlich meine, ich sage mal Herzenscharaktere, das sind meine Charaktere mit Charakter und da sage ich immer zu mir, das sind Charaktere, die mit mir reden, die mit mir nachts in Träumen reden und sie entstehen über Geschichten. Und ich baue sie dann tatsächlich so ein bisschen andersrum, indem der Hintergrund eine Geschichte entsteht und dann weiß ich, was sie so können oder nicht können und danach passe ich dann die Werte an. So, okay. Also hast du zuerst die Geschichte im Kopf und dann kommen erst die Werte dazu. Das ist nicht immer so, aber bei den Charakteren, die tatsächlich, ich sage mal, mit mir reden, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, also in meinem Kopf entsteht etwas und da ist auch schon eine Person, die im Kopf wie so mit mir spricht und schon ihren Charakter bildet. Da ist vielleicht sogar eine Stimme, die ich höre oder die ich mir vorstelle oder einer meiner Lieblingscharaktere ist entstanden, indem ich ein NPC gespielt habe und dieser NPC sagte zu mir irgendwann mal, ja, die kriegt eine Tochter und die Tochter ist dann mein Charakter geworden, so in meiner Kopfgeschichte. Und ja, darüber entstehen dann so meine Lieblingscharaktere, wo die Schwierigkeit dann eben aufkommt, ist, den Charakter entsprechend spieltechnisch für DSA zu erstellen, sofern man nach DSA 5 Regeln spielt. Und handelt es sich um andere Regeln, dann passt man eben das Ganze anders an. Also für alle Leute, die jetzt hier eingeschaltet haben, diesen Podcast und die jetzt eine Folge erwarten, wo wir in Detail jetzt einen Charakter erschaffen und euch alle Regeln beibringen, wie man das macht und da muss ich euch, glaube ich, leider enttäuschen. Unser Ansatz heute ist ein bisschen was anderes, sondern wie kommen wir, wie kommen wir zu dem Charakter hin, weil das Charakterbauen an sich ist eigentlich ziemlich gut in Regelwerken beschrieben. Das muss man, glaube ich, nicht groß noch irgendwie bequatschen, da gibt es eigentlich, das ist eigentlich relativ klar und deswegen finde ich, ist es viel interessanter über die Charakterideen, über die Charakterentwicklung und über die Charakter, ja, Possibilities, also Möglichkeiten zu quatschen. Und ja, also ich gehöre zu der Fraktion, die nicht so einen ganzen Ordner oder Hefter voll vorgefertigte, also schon sich selbst ausgedachte, auf dem Blatt schon existierende Charaktere hat, die dann, keine Ahnung, da geht jemand eine Runde an und ich ziehe meinen Zwerg Nummer 3 aus der Tasche und sage, den würde ich jetzt heute spielen, der passt ganz gut zum Abenteuer. Und habe ich aber auch mal gehabt, diese Phase, irgendwie ganz am Anfang, also da hat es mir wirklich mehr Spaß gemacht, die Charaktere wirklich zu bauen und weniger so die Geschichten nur zu denen zu erleben. Und hat beides seine Berechtigung und macht beides unglaublich viel Spaß, aber wir beschränken uns, glaube ich, heute eher so auf die Geschichten Aspekt, oder? Ja, wobei ich das nicht auseinander dividieren würde, weil ich hab, also ich hab so einen Ordner mit Charakteren, die ich gebaut habe, komplett ohne quasi ohne Kontext, ich hatte keine Gruppe dafür, es war auch keine Gruppe in Absehbar oder sowas, das sind jetzt nicht Überbleibsel, die einfach nicht gespielt wurden, das sind Charaktere, die ich gebaut habe, weil ich das Konzept spannend fand, weil ich die Idee halt, das sind auch teilweise richtig tiefe Hintergrundgeschichten hinter, richtig umfangreiche Charaktere, also umfangreiche Entwicklungen hinter gewesen, die ich ja bis heute nicht gespielt habe, weil, und das würde ich gleich auch an euch die Frage stellen, für mich ist das Erste, was quasi die Basis dazu bildet, was für einen Charakter ich spiele, eigentlich immer die Runde, in der ich spiele. Weil ich eigentlich, also für mich ist immer, ich guck immer quasi danach, erstens, wo spielen wir, also welches Setting? Es gibt natürlich auch Runden, die sagen, ey, lass uns mal zusammen spielen, das Setting dann zusammen entscheiden, aber also ist es ja eher so, dass eine Spielleitung sagt, hey, ich würd gern dieses Abenteuer spielen oder in diesem Setting spielen. Ähm, und ich komm quasi vom Punkt des Settings aus, also ich guck dann oft so, gibt es regionale Charaktere oder irgendwas, was mich anspricht, was mich interessiert. Und die zweite Frage, worauf ich immer achte, ähm, ist, so was wollen meine Mitspielenden spielen? Also gerade wenn da Leute bei sind, die sehr klar einen Charakter im Kopf haben, den sie spielen wollen, versuch ich halt in der Gruppe eine gewisse Balance zu finden, sodass die Charaktere, also keine absolut ausschließenden Konflikte haben, also in ihren moralischen Überzeugungen, ihren Glaubenssystemen oder sonst was, dass die Gruppe nicht sprengt. Und auf der anderen Seite, dass gerade bei DSA, ähm, mein Charakter eine andere Rolle einnimmt, was die reinen Werte und Fähigkeiten angeht, äh, damit jeder Charakter auch so die Fähigkeiten hat, in denen er glänzen kann. Ähm, das kann sich auch mal teilweise überschneiden, aber halt so, dass es sich nicht identisch, also wenn jetzt, wenn da schon jemand einen zwergischen Krieger spielt, dann muss ich keine zwergische Kriegerin dazusetzen. Das kann auch spannend sein, muss man sehr genau auf achten, wie man die beiden Charaktere abgrenzt, sodass es halt, ähm, auch spannend bleibt. Ich guck halt ganz oft so, was fehlt in der Gruppe noch. Und daraus entwickle ich dann quasi in der weiteren, daraus, danach guck ich dann weiter. Aber was ist denn für euch meistens das allererste, was bei einem Charakter passiert, entsteht? Also was ist der erste Gedanke, auf dem das Ganze aufbaut? Oder ist das eher so ein, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Ablauf aus einem bunten Gemisch, dass da irgendwie aus so einem, so einem ungenauen etwas ein Charakter am Ende entsteht? Also ich spiele eigentlich gar nicht so richtig oft, hab ich festgestellt, als ich im Vorfeld dieser Episode mal drüber nachgedacht hab. Ähm, aber wenn, ist glaube ich zuerst, also es passieren zwei Sachen gleichzeitig. Einmal auch diese Sache, die du gesagt hast. Also ich muss immer schon im Kopf behaben, was spielen wir denn da gerade? Ähm, was für eine Art Abenteuer? Irgendwie so eine grobe Richtung, wo will, wo will denn die Gruppe, in der ich spiele, hin? Und, äh, dann hab ich eine Idee, was, was ich gern mal erleben oder ausprobieren würde. Also bei mir sind die Charaktere eher so, so ein bisschen so ein Ausprobieren von, von Lebenssituationen, äh, oder von Charakterkonzepten, so. Ich hab zum Beispiel ja diesen, äh, äh, Nomadi Glaubensfanatiker, der aus Sarkom raus ist nach Norden ins Mittelreich. Das, das war mal so ein Test, irgendwie so, schaffe ich das, einen religiösen Fanatiker zu spielen in einer, dieser religionfeindlichen Umwelt? Oder, ähm, mein Bewegungsmagier, also schaffe ich es in Aventurien, einen wirklich fettleibigen, äh, ganz, ganz schlecht sich bewegenden Bewegungsmagier zu spielen? Ähm, also so, so, da kommen dann immer so zwei Ideen zusammen. Einmal dieser, dieser unbewegliche Klotz, der das nur noch frisst und dann, äh, gleichzeitig aber mit Magie seine Bewegungen und seine, äh, seine, seine Sachen halt macht. Ähm, also solche Konzepte verbinden sich da immer ein bisschen. Und wenn das, die Idee dann zu der Gruppe passt, dann ist es perfekt und, ähm, ich schaue gar nicht so sehr danach, was der Gruppe fehlt, weil ich hatte das ein paar Mal schon in meinem Leben, dass dann alle um den Tisch rumsaßen und alle gesagt haben, ja, wir gucken jetzt mal, was ihr spielt, so. Und dann war keinem geholfen. Also das, diesen, diesen Aspekt kann man eher, glaube ich, erst machen, wenn wirklich alle schon irgendwie eine Idee haben und man selber noch gar nicht so richtig festgelegt ist und dann, äh, dann rutscht man da irgendwo zwischen. Aber so ganz am Anfang ist dieser Aspekt jetzt irgendwie gar nicht so vorwiegend. Wobei ich, also, das, das muss man ja nicht bis zum Extrem ausreizen, aber im Prinzip entscheide gar nichts, bis ihr alle fest seid und sucht mir dann quasi mal eine Lücke. Also meistens ist es eher so, also ich hab in der Regel die Erfahrung, dass so ein oder zwei Leute haben meistens schon recht klare Ideen, so. Darauf hätten sie Bock, dass eine Charakterrichtung, welchen Altercharakter, die sie schon mal gespielt haben. Ähm, es gibt ja auch viele Spielerinnen, die eigentlich das Charakterbauen gar nicht so reizvoll finden, deswegen gerne Charaktere widerspielen, dann eventuell halt nur überarbeiten mit den passenden Setting-Hintergründen. Ähm, da hast du schon ein, zwei Charaktere schon drin und dann guckt man halt schon, okay, was, was würde das jetzt noch gut ergänzen? Dann redet man mit dem Rest, der sich noch selber unsicher ist, so. Habt ihr irgendwelche Ideen, dann schmeißt am Ende jeder zwei, drei Ideen in den Raum, dann guckt man, was, was, was könnte gut passen, was könnte gut interagieren, was passt überhaupt nicht zusammen. Und kommt so quasi zusammen. Äh, aber trotzdem ist für mich die Ausgangslage halt eigentlich immer so dieses, was, was wollen die anderen denn spielen? Ich hab manchmal auch schon Ideen, ähm, die dann eben aus dem Setting generiert sind schon. Also aus der Region, die wir spielen, das kann ganz interessante Ansätze bieten. Oder aus, ähm, aus dem Abenteuer, wenn zum Beispiel klar ist, okay, das wird jetzt ein reines Stadtermittlungsabenteuer, dann, also, dann bieten sich andere Charaktere an, als wenn mir jemand sagt, wir reisen von, äh, also, wir reisen nur durch den höchsten Norden und ihr seht die höchste Siedlung, die ihr seht, hat 30 Einwohner. Dann, äh, bedenke ich auch über andere Charaktere einfach nach. Und dann kommen halt so ins Gespräch und kann daraus halt so zusammenfinden, was, also, was jeder spielen möchte und trotzdem eine Gruppe zusammenfinden, die in gewissem Sinne auch effektiv ist. Ja, da muss ich an das typische Beispiel denken, so Wildnischaraktere in einem Stadtabenteuer fühlen sich oftmals einfach verloren. Man fühlt sich über und, ähm, man muss es ja auch so sehen, ein Wildnischarakter würde ja eine Stadt eigentlich eher meiden. Ja, jemand, der naturverbunden ist und viel Zeit in der Natur eher verbringt, wird ja nicht unbedingt in der Stadt sein wollen. Klar kann sich das natürlich abenteuerlich mal ergeben und es kann vielleicht auch eine Herausforderung mal so sehen, aber dann muss man sich dessen bewusst sein, dass es, ähm, auch spieltechnisch eine Herausforderung ist, weil man einfach verlorener ist als, äh, weiß das nicht, ein Faxgewalter, der in der Stadt sich in Ecken auskennt und halt eben auch glänzen kann, ne? Ich glaube aber auch Wildnischaraktere können in einer Stadtabenteuer durchaus glänzen, ähm, aber halt nicht auf ihrem bevorzugten Playfield, ne? Also klar, sie sind halt nicht in der Wildnis, sondern in der Stadt, aber trotzdem gibt's ja dann da bestimmt Dinge zu tun oder, oder auch gerade den Aspekt, den du gesagt hast, dieses verloren sich fühlen oder dieses irgendwie, ich bin hier gar nicht so richtig zu Hause Gefühl, bietet ja auch immer Ansätze für einen, für einen Rollenspielaspekt, ne? Das, den man dann einbringen kann. Aber auch das wäre ein Punkt, wo ich's immer gut finde, in der Gruppe viel zu kommunizieren, weil es meiner Erfahrung nach nicht, also, wenn alle vier Charaktere Exoten in der Region sind, führt das oft dazu, dass sich das sehr stark separiert. Deswegen ist so eine Mischung daraus schön, so ein richtiger, also ein sehr exotischer Charakter, also, keine Ahnung, der Firnelf in der Kom, wobei das schon sehr drastisch ist, aber jetzt in der Richtung wirklich weit weg und überhaupt nicht vertraut mit der Region. Ein, zwei Charaktere, die die Region vielleicht kennen, aber jetzt sich auch nicht so zu Hause führen, auch was Eigenes mitbringen. Und ein, zwei Charaktere, die wirklich aus der Region kommen und auch damit spielen können, die Region zu kennen und den anderen helfen können und auch sowas wie dieses Beziehungsspiel machen können, weil es NSC gibt, die sie kennen können vor Ort. Was auch sehr spannend sein kann, halt NSCs anzuspielen, gemeinsam mit der Spielleitung, die quasi schon im Hintergrund verankert sind und nicht jeden neu kennenlernen zu müssen. Also, wenn, keine Ahnung, der Weidner Ritter in Brabac landet, wird der wahrscheinlich dort niemanden kennen. Und umgekehrt, ein Brabacker, eine Brabackerin kann da viel, viel mit, also viel damit spielen, dass sie eben von da kommt und halt auch Leute kennt und die Umgebung kennt. Ja, oder man hat halt so kulturelle Sachen, ne? Also, wenn man halt einen Charakter hat, in der Gruppe, der sich in der Region auskennt, da aufgewachsen ist, da seinen Lebensmittelpunkt hatte oder hat, dann kann der die anderen so an der Hand nehmen. Dann weiß der halt, was kann man hier essen und was nicht. Was soll ich in der Kneipe für ein Bier bestellen? Eher ein Fairdocker oder was anderes so. Oder, ne? Also solche Kleinigkeiten, die dann aber irgendwie so an die Hand nehmen und da hat man sofort so eine Gruppenzusammengehörigkeit, weil einer halt, ja, so eine Art Fremdenführer dann sein kann oder so. Und man die anderen dann so an die Hand nimmt und die Region kennenlernt und der Spielleiter dann gar nicht mehr so viel dafür machen muss. Nein, richtig. Aber das ist natürlich dann auch die Stelle, an der die Charaktervorbereitung anfängt und man eben dem Spielleiter sogar vielleicht auch ein bisschen was abnimmt. Spiele ich einen regionalen Charakter, der sich auskennt, dann gehört es für mich als selbstverständlich dazu, dass ich mich in diesen Charakter in die Region einlese und entsprechend ein paar Sachen vorbereitet und parat habe, die ich dann auch einbringen kann und möchte. Und eben, ja, mit ein Teil dieser Region so ein bisschen mitvorstelle. Umgekehrt ist es, wenn die Spielleitung vier fremde Charaktere hat, dann liegt es komplett in der Hand der Leitung. Daher ist eine gemischte Gruppe gar nicht so schlecht, aber eben entsprechend meinem Charakter fängt dann auch für mich als Spieler eine gewisse Vorbereitung an. Und dazu gehört eben nicht nur, die Werte des Charakters zu erstellen. Ich finde, das ist ein gutes Stichwort. Was ist denn für euch, wenn quasi die erste Idee steht? Also in deinem Fall zum Beispiel eben der Koloss von einem Mann, der aber Bewegungsmagier ist. Oder also was ist quasi, wenn so der, also ist bei euch wirklich am Anfang so eine, eine fixe Idee, die am Anfang steht? Oder ist am Anfang schon, also entwickelt sich direkt so ein recht vollständiges Bild, wo ihr quasi nur noch guckt, wie ihr das mit Werten füllt und wo ihr das vielleicht noch andocken könnt? Und was ist dann der zweite Schritt, wenn quasi der erste Gedanke steht? Wie macht ihr dann weiter? Also ich fand, also der hatte schon ein bisschen Kontur in meinem Kopf bekommen, so ganz grob. Und ich fand dann sehr, sehr hilfreich, mich einfach mal mit anderen Leuten oder mit dem Spielleiter oder der Spielleiterin über den Charakter einfach mal zu unterhalten. So, wie ist der drauf? Und gibt's ja auch als, als so total heruntergefahrenes Konzept, auch diese Fragebogen im, im DSA-Regelwerk. So, ne, wo komm ich her? Und warum bin ich hier? Und, ne, und so weiter und so weiter. Die ganzen Fragen, die da drinstehen. Und, ähm, einfach sich mal ein bisschen über den Charakter unterhalten und der Spielleiter oder die Spielleiterin fragt einen so nach bestimmten Sachen. So, keine Ahnung, wie heißen deine Eltern? So, dann muss man sich halt darüber halt Gedanken machen. Und, ähm, bei meinem, ähm, bei meinem Magier, äh, war das halt auch so, dass da sehr schnell auch eine Familiengeschichte hingekommen ist. Also ich, ich wusste, ich musste, ich wollte den zum Horasier machen, weil das passt so zu diesem dekadenten Lebensstil und so, ne? Und, ähm, die Bewegungsmagie-Akademie da in, ähm, in Belhanka gibt's ja auch irgendwie schöne Sachen. Und dann ist er auch noch schön Raja gefällig und so. Und, ähm, dann hat er halt irgendwie ein Anwesen, äh, in Belhanka gehabt. Und dann, ja, hat eine Familie. Wie sieht die Familie denn aus, ne? Also hat er eine Frau, hat er Angestellte, hat er Kinder. Er hatte sehr schnell dann ein Kind. Er hat schon ein erwachsenes Kind, das irgendwie so ein Taugenichts ist, ne? Also da geht dann irgendwie so, so eine Geschichte ging weiter irgendwie, der, der, der kriegt keine Frau ab, aber weil der die ganze Zeit durch die Taverne ruhrt. Und, äh, ne? Und, keine Ahnung, mein, mein Magier halt hält seinen eigenen Sohn, der liebt den über alles, aber der hält den eigentlich für einen, für einen Versager. Ja, so, und dann hat der Mischka, der das damals gespielleidet hat, sogar ein Abenteuer draus gebaut und hat halt meine, 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 meine Umgebung halt auch ein bisschen ausgeschmückt und hat dann meinem Sohn halt dann auch noch eine Background gegeben, den ich gar nicht wusste. Und dann habe ich den entdeckt und dann war das auf einmal so eine Art Zorro-Gestalt oder so, ne? So ein Superheld irgendwie, der dann nachts über die Grächer von Belhanka unterwegs war und die Räuber geschnappt hat und so. Und das, äh, das dann zu entdecken, fand ich super hilfreich, um da irgendwie so auch die Hintergrundgeschichte von dem, von dem dann auch langsam entstehen zu lassen. Ja, das ist ein Punkt, den nun anspricht, also, ähm, wenn ich meine Charaktere, wenn sie entstehen, und oftmals ist es bei mir tatsächlich ein Entstehungsprozess, entweder über Gespräche mit anderen über diesen Charakter oder es passiert halt nachts in Träumen oder in irgendwelchen Gedankengängen, ähm, es bleiben oft auch einige weiße Flecken übrig, die ich gerne im Spiel erst entwickle und besetze, die ich mir offen halte, wie mein Charakter vielleicht reagiert oder, dass er vielleicht plötzlich anders sich entwickelt, als es ursprünglich ist. Nämlich wahr, aber ein großer Teil ist oftmals einfach, dass es, was ist vorher passiert, bevor ich in dieses Abenteuer gegangen bin, was hat mein Charakter erlebt, gibt es wichtige, prägende Punkte, gibt es Dinge, die ihm vielleicht wichtig sind, wo, ähm, wo man eben drauf achtet, das sind so Punkte, die bei mir entstehen. Und, ähm, ich hab mal versucht, das so ein bisschen, ähm, Lehrplan-mäßig Revue passieren zu lassen, wie meine Charaktere Charakter bekommen. Und, ähm, ich hab keine Ahnung von Plänen oder ähnliches, aber mir ist aufgefallen, dass eigentlich fast alle Charaktere einen Teil von mir haben. Von gewissen Charakterpunkten von mir persönlich, die fließen in fast jeden meiner Charaktere rein, es fließen aber auch Punkte ein, die ich nicht habe, aber die ich einfach mal gerne spielen würde, sei es, ja, auch ein Teil, ja genau, auch ein Teil vielleicht nicht ganz so, ähm, ich sag mal, ähm, nur guter Sachen. Also, da sind auch schlechte Eigenschaften bei, ähm, entweder welche, die, die ich vielleicht bei mir mal mitgekriegt habe, die man natürlich dann entsprechend so nicht im Leben ausspielt oder die, die man sich einfach nur vorgestellt hat. Also, es ist halt so eine Mischung aus einer, einem Teil der Realität von mir selber, das können einfach nur kleine Facetten sein, ähm, die da rein spielen und eben, äh, auch ein Teil der großen, weiten Fantasie. Weil ich da mal ganz ketzerisch sein möchte, also, ich hab, also ich hab lange Zeit auch immer wieder so Zusammenwürfe, so wie, wie sollte ein guter Charakter aussehen in der Hinsicht. Ich glaube inzwischen, dass tatsächlich es fast unmöglich ist, einen Charakter zu bauen, der nicht einen Teil enthält, der wie man selber ist, und einen Teil, der nicht wie man selber ist, mit eigen, äh, weil man, also, höchstens ganz im Anfang spielt man sich wirklich selbst, und selbst dann spielt man eine idealisierte Form von sich selbst, äh, da spielt ja niemand wirklich true, seinen eigenen Charakter, also seine eigene Persönlichkeit als Charakter, und umgekehrt ist es, glaube ich, auch fast unmöglich, einen Charakter zu, also, geschweige denn zu spielen, aber auch nur, also, sich einfach mal versuchen, wirklich einen Charakter zu bauen, der in keiner Charaktereigenschaft einem selbst ähnelt, halte ich für beinahe unmöglich, weil Menschen auch so ambivalent sind. Also, eine Charaktereigenschaft, die man hat, ist ja nicht, dass man 100 Prozent in jeder Situation exakt so handelt, sondern es ist eher so, man hat eine Tendenz, vielleicht schon sehr deutliche, aber es gibt immer eine Situation, wo man diesen Charakter auch bricht, weil Menschen eben nicht nach strengen Regelkonzepten handeln. Also, ich verstehe diesen Gedanken, aber ich habe inzwischen das Gefühl, das mag aber auch nur mein, meine, 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 meine Wahrnehmung sein, dass das, also, dass das quasi eher so ist, dass wir versuchen, dadurch zu erklären, wie wir zu den Charakteren kommen, aber ich glaube, im Prozess des Charakterbaus spielt das fast keine Rolle, da denkt man ja nicht so nach, okay, der Charakter hat jetzt drei Eigenschaften, die hat er von mir, jetzt brauche ich noch drei, die nicht von mir sind. Am Ende kommen wir halt zu dem Schluss, dass es eine Mischung ist, aber das wird, glaube ich, immer so sein. Ich glaube, auch wenn man sich irgendeinen Charakter aus einem Buch rausnimmt, wird man Eigenschaften finden, die man hat bei dem Charakter, und Eigenschaften, die man nicht hat. Was ich eher unterstützen würde, ist diese These zu sagen, ich gebe meinem Charakter eine Eigenschaft, die ich mal spannend finde, auszuleben. Das hört man ja auch ganz oft, dass es Menschen, die zum Beispiel im realen Leben total schüchtern und zurückhaltend sind, es im Charakter zum Beispiel schaffen, proaktiver zu sein oder eventuell sogar flirty oder sowas. Das hört man gerade im Lab, da ist es ja noch mal mehr selber ausspielen, dass es Leuten da leichter fällt, aber es ist auch, glaube ich, im Pen & Paper nicht anders, dass man sich so bewusst Eigenschaften nimmt, die man mal spannend fände. Das ist ja auch der Aspekt des Hobbys, der so spannend ist, dass man halt Dinge ausprobieren kann. Es gibt ja auch ganz viele Menschen, die sich über gewisse Charaktereigenschaften von sich selber noch gar nicht so richtig bewusst sind oder die sich selbst ausprobieren wollen, es aber in der Gesellschaft irgendwie nicht können. Aus irgendwelchen Gründen gibt es ja viele Möglichkeiten und dann halt im Rollenspiel halt auch wirklich mal was machen können, was sie halt nicht in der Wirklichkeit können und was sie aber mal testen können. Also mir fällt da ganz prominent halt auch jetzt ein, so Menschen, die mit den Gedanken spielen, ob sie denn mit ihrer Geschlechtsidentität konform gehen oder nicht. Da habe ich ganz oft schon gehört von solchen Menschen, dass die im Rollenspiel den ersten Schritt gemacht haben, indem sie in Crossgender gespielt haben und dann entdeckt haben, das ist eigentlich schöner als das, was ich ... Also das eine muss nicht zum anderen führen, aber das ist so der Platz zum Ausprobieren. Ich glaube auch, Rollenspiel erlaubt uns zum Beispiel mal Charaktereigenschaften zu spielen und auszuleben, die man, die einfach gesellschaftlich nicht akzeptiert sind. Das wäre natürlich auch aus gutem Grund, die man eventuell auch selbst gesellschaftlich nicht akzeptieren würde, aber es ist im Rollenspiel halt auch okay, mal zu sagen, wenn die Gruppe Bescheid weiß, so, das ist halt so und das für alle auch okay ist, mal ein totales Arschloch zu spielen, super arroganten Charakter, ein Charakter, der extrem gewalttätig ist und sowas. Das ist im Rollenspiel okay, wenn man selber und auch die Gesellschaft sagt, in der Realität sollte man das nicht sein. Aber im Rollenspiel ist das halt ein Möglichkeitsraum, weil alle, also das ist halt, das sind im Endeffekt alles nur Fantasiegestalten. Und solange das am Tisch allen klar ist, kann das sehr gut funktionieren. Ja. Muss, finde ich, auch nicht unbedingt immer funktionieren, jeder Charakter. Also, man kann auch Charaktere anfangen zu spielen und zu merken, der liegt mir nicht, den mag ich nicht. Das ist ein Vollidiot und mir ist es am liebsten, der stirbt jetzt. Oder der verschwindet jetzt irgendwo in der Gosse und ich spiele ihn nie wieder. Also, war die war so. Ja, so ganz schlimm. Oder einfach Charaktere, wo man sagt, keine Ahnung, ich werde damit nicht warm. Ja, ich habe mir das so vorgestellt und ich habe mir das gedacht, aber wenn ich das jetzt spiele, das liegt mir nicht. Ich habe auch so einen Charakter gehabt. Das war so ein, wir wurden einfach keine Freunde. Es fühlte sich immer irgendwie so ein bisschen wie fehlendes Wissen zum Schauspielen. Aber es hatte keinen Spaß gemacht, diesen Charakter zu spielen. Und das finde ich aber auch okay, weil man so mit der Zeit dann rausfindet, ja, wo man so seine Stärken und vor allem seinen Spaß an einem Charakter hat. Also, das Wichtigste ist am Ende, dass man einfach Spaß an dem Charakter hat. Also, an der Story, an der Geschichte sowieso das Ganze, aber dass man auch an dem Charakterspaß findet, ihn zu spielen. Eben mit all den Facetten, die er hat und entsprechend dann auch mit den angepassten Werten. Da kommen wir auch nochmal zurück zum Thema der Eigenschaften. Weil das ist zum Beispiel was, was ich schon öfter festgestellt habe, dass ich Charaktere hatte, wo ich die Charakterbeschreibung cool fand, das auch gerne spielen wollte, aber beim Spielen realisiert habe, dass ich die Eigenschaften niemals so rüberbringen könnte, wie ich es gerne wollte. Also, manchmal kann es schon an Kleinigkeiten hängen. Also, ich habe zum Beispiel inzwischen für mich Abstand davon genommen, ich mag die TorwahlerInnen total gerne. Von der ganzen Struktur her so dieses, der nordische, dieses nordische Krieger, so Vikings-mäßig, also es muss auch überhaupt nicht realistisch sein, sondern halt dieses Überzogene, finde ich eigentlich total cool zu spielen. Aber ich scheitere allein daran, dass ich es nicht schaffe, alle Leute zu duzen. Also, mir fällt es schon schwer, meine Gruppenmitglieder nicht zu irzen. Und da merke ich, das ist halt für mich selber, ich breche mit meinem eigenen Charakter an, wie ich ihn spielen möchte. Und das kann dazu führen, dass man realisiert, ja, okay, der Charakter, den findet man cool. Man hat sogar eigentlich, also man hat sogar eigentlich, man findet, man möchte den ja nicht gerne spielen, aber man scheitert an seinen eigenen Voraussetzungen. Aber was ich auch gerne noch, ich, also ich hab das Gefühl, dass ich tatsächlich einen etwas anderen Ansatz verfolge. Weil meine Charaktere, also ich, erst mal, ich hab grad mal in die Fragen reingeguckt, im Grundregelwerk von DSA 5. Natürlich beantworte ich die teilweise auch beim Charakterentwicklung, aber ich hab die mir, glaub ich, nie angeguckt, seit ich Charakter baue bei DSA 5. Und auch DSA 4 Fragen, das hab ich mir einmal durchgelesen und nach immer gelassen. Weil die Fragen für mich ganz oft an dem vorbeigehen, was ich eigentlich beantworten möchte. Weil ich ganz oft von so einer fixen Idee komme, das kann manchmal eine Sonderfertigkeit sein, die ich spannend finde und die ich spielen möchte. Das kann ein Zauber sein. Oder auch mal eine Magierichtung, so was eben wie der Bewegungsmagier. Und dann ist es meistens, also dann guck ich quasi erstmal, was ist notwendig, dass das stimmt. So, okay, also wenn ich sagen, ich möchte jetzt einen Elementarmagier spielen, eine Elementarmagierin, wo könntet ihr das in Aventurien lernen? Und dann springe ich fast immer erst mal ins WikiAventurica und lese mich mal quer durch die Artikel aus der Region. Also ich schaue mir die Städte der Akademie an, ich schaue mir die Region an, aus der der Charakter kommt. Am liebsten vor allem die Chronik, so die letzten 100, 200 Jahre, was ist da passiert. Was davon ist prägend für Menschen, die da sind? Und dann komme ich ganz oft, dass da super spannende Sachen rauskommen, bei denen es eben so einen unfassbar dichten Hintergrund hat. Dass man eigentlich immer irgendwas findet, woran man sich festhalten kann und dann irgendwelche Konflikte findet oder dann sich die Frage stellen kann, okay, dieser Charakter, der jetzt gerade ein absolut rudimentäres Konzept ist, der möglicherweise nur eine Profession hat, und das passiert nämlich auch, dass ich manchmal eine Profession lese und denke, boah, die Profession würde ich gerne mal spielen. Und dann quasi so, okay, wenn ich diese Profession habe und in dieser Situation bin, was bedeutet das? Und sich daraus dann der Charakter daraus formt. Manchmal ist es aber auch eine überhaupt nicht gamistische Idee. Das kann manchmal wirklich so eine ganz fixe Charakter-Idee sein, dass ich irgendeinen fixen Gedanken habe von einem Konzept, so eine Konzept-Idee oder so ein Ereignis im Hintergrund, das ich gerne spielen möchte und darauf aufbauend eben einen Charakter baue und dann gucke, wo diese Idee, okay, hat die eine regionale Verankerung? Welche Region wäre dafür spannend? Ich schaue mir die Region an, Deep Dive durch Sviki Aventurica und irgendwann sitze ich dann am Ende mit halt 20, 30 Stichpunkten. Dann fliegen nochmal ein paar raus, weil die nicht alles kombinierbar ist und dann formt sich aber daraus während dieses Prozesses immer ein Charakter schon aus, der schon relativ detailliert ist, weil er halt wirklich Fixpunkte hat, die mit der Welt verwoben sind, was dann im Spiel auch immer Möglichkeiten für Momente der Tiefe gibt. Manchmal verpasst man die einfach, aber es ist immer schön, wenn man wirklich so an die Welt anknüpfen kann. Finde ich zumindest. Also ich möchte auch nochmal betonen, dass es nicht den Weg für eine Charaktererstellung gibt. Also das wird jetzt, glaube ich, zwischen uns dreien hier ja auch schon deutlich. Jeder hat so einen eigenen kleinen Zugang zu seinem oder ihrem Charakter. Und ich finde das auch gerade das Spannende, dass man halt am Tisch halt erst merkt, so okay, da sind jetzt irgendwie, also wenn ich zweimal mit Julie in zwei verschiedenen Runden spiele, dann sind da aber auch zwei verschiedene Charaktere da. Und ich spiele nicht immer nur mit Julie. Sondern mit ihren Charakteren. Das ist ja das Spannende an der Sache, an dem Charakterbau, dass man da irgendwie dann am Ende dann, so klar, gradlinig man vielleicht eine Idee oder ein Konzept verfolgt, wie man das angeht, den Charakterbau, am Ende dann doch immer irgendwie was anderes dabei herumkommt. Ich meine, gut, es gibt natürlich auch die Leute, die immer dasselbe spielen. Das ist auch völlig legitim. Aber das ist auch völlig legitim, klar. Ja, aber muss nicht, ne? Aber ich glaube, so muss man die letzte Folge schon, diese auch verstehen. Es geht uns hier nicht um zu erzählen, was ist der richtige Weg oder die richtigen Wege, sondern einfach nur einen Anstoß zu liefern, wie wir das machen aus der Erfahrung heraus, die wir haben. Und eben auch, also ihr könnt euch sehr gerne in den Kommentaren äußern, wie ihr zum Beispiel den Charakterbau angeht, damit Leute, die das lesen, eventuell auch Anstöße haben. Und gerade für Neulinge kann das, glaube ich, auch oft einfach sehr erschlagend wirken, so ein DSA-Charakter. Also ich meine, das Grundregelwerk hat 15 Schritte, um den Charakter zu erstellen. Das ist, wenn man sich das vor Augen führt, eigentlich schon Wahnsinn. Also ich muss sagen, als ich angefangen habe, habe ich gar nicht so sehr aus der Luft meine Charaktere gegriffen. Ich bin einfach die Werke durchgegangen, habe mir Bilder angeguckt, und dann gab es Bilder, die mich angesprochen haben. Dann habe ich mir den Charakter angeguckt. Und viele in den Büchern haben ja sogar eine Geschichte. Gerade die vorgefertigten Charaktere, da ist ein bisschen Geschichte dazu. Und dann habe ich da geguckt, spricht mich das an, spricht mich das nicht an. Ich habe mir vielleicht sogar einfach den Bogen angeguckt und die Werte und habe überlegt so, hm, könnte das was sein? Und daraus habe ich dann angefangen, so Charaktere zu entwickeln. Aber ich hatte eine Vorlage, an der ich mich so ein bisschen hangeln konnte. Und ich konnte sagen, ja okay, der hat jetzt hier Verbergen acht, aber nee, mein Charakter ist jetzt vielleicht ein bisschen trottelig und hat eben kein Verbergen oder hat doch Verbergen. Aber ich hatte so eine grobe Richtung, die ich dann so anpassen, individuell anpassen konnte. Also ich habe recht schnell gemerkt, dass die vorgefertigten Charaktere echt klasse sind, um einen Einstieg zu finden. Aber ich fand sie nie gut genug oder für mich passend zum Spielen, sodass ich eigentlich jeden vorgefertigten Charakter, wenn ich ihn irgendwo genommen habe, immer angepasst habe. Aber das kann man ja auch machen, dass man Werte da hat oder sagt, oh, guck mal, der Charakter kann das, das, das. Und dann entsteht in dem Moment, weil man diese Werte hat oder diese Eigenschaftswerte hat, entsteht so ein bisschen Hintergrund. Ah, guck mal, ja, der kann gut klettern, weil der war jetzt ganz oft in den Bergen. Oh, in den Bergen. Wo war ich denn da in Aventurien? Und warum? Also so, dass man den umgekehrten Weg quasi geht. Man hat nicht die Eigenschaften oder eine Geschichte und passt dann die Werte an, sondern man nimmt sich so einen Charakter, guckt sich die Werte an und daraus entstehen dann Ideen und Geschichten. Also genau so kann es auch andersrum funktionieren. Genau, also das wäre dann so der Ansatz, so ich möchte jetzt, keine Ahnung, einen Bogenschützen spielen. Und Soldat, Bogenschütze, finde ich gut. So, und jetzt Minmax ich den vielleicht sogar, wenn ich da Bock drauf habe, irgendwie auf dem Papier. So, und dann finde ich das dann nämlich ganz spannend, was Judy dann sagt. Dann habe ich diese Werte und ich habe das Konzept, also den Bogenschützensoldaten, und dann gucke ich mir die Werte an und dann kann ich dann immer noch schauen, so gerade, ich finde das gerade bei Minmax-Charakteren sehr, sehr interessant, ne? Weil das ist ja dann meistens auch irgendwie so ein Dammtalent noch irgendwo drin, wo man dann halt die Punkte hergekriegt hat oder so. Und sich dann aber Gedanken darüber zu machen, warum sind diese Werte super klein? Warum sind diese Werte super hoch? Ne? Und warum kann er denn das nicht, was normalerweise ein Soldat eigentlich könnten, können müsste? Und daraus dann die Geschichten zu machen, finde ich irgendwie total spannend. Das irgendwie gerade mit so Minmax-Fetischisten mal zusammenzuspielen, und die dann irgendwie mit Fragen zu löchern aufgrund ihrer Werte, finde ich auch immer sehr, sehr spannend. Weil da merkt man sehr, sehr schnell, auf was die hinaus wollen und ob die nur Würfel rollen wollen oder ob die auch Interesse haben, eine Geschichte zu erzählen. Beides, wie gedacht, ganz legitim, Spielsachen, aber man muss ja auch irgendwie zusammenfinden, ne? Aber um mal ganz kurz darauf anzuschließen, ich finde tatsächlich auch vorgefertigte Charaktere gerade für den Anfang, gerade bei Systemen wie DSA, wo Charakterbau wirklich aufwendig ist, auch unabhängig jetzt mal vom Hintergrundentwicklung, aber auch das einbezogen, sich so einen fertigen Charakter zu nehmen und den als Orientierung zu nehmen. Man muss den nicht spielen, wie er im Buche steht. Das tun auch die wenigsten. Das würde ich auch nicht empfehlen, sondern ihr guckt euch den Charakter an, lest euch den einmal durch und spielt ihn dann, wie es sich für euch gut anfühlt. Weil es immer schwierig ist, genau darauf zu achten, dann guckt man, oh, diese Eigenschaft habe ich noch gar nicht eingebracht. Ja, dann ist sie eben nicht wichtig und interpretiert den Charakter gerne anders, so wie er sich für euch gut anfühlt. Aber ihr habt diesen fertigen Charakterbogen, ihr habt eine Idee, die das Spiel, also die quasi der Archetyp euch mitgibt. Und die sind ja in jedem DSA-Regelwerk eigentlich drin. Und könnt dann quasi auf dem aufbauend losspielen und könnt ein Gefühl dafür entwickeln, was ihr auch spielen wollt. Ich habe nicht das Problem, dass sie dann teilweise mehrere, also fünf, sechs, sieben, acht Stunden möglicherweise in Charakter investiert hat. Und das ist bei DSA, glaube ich, noch keine jetzt rekordverdächtige Zeit. Und stellt dann fest, im ersten Spieleabend, nee, eigentlich macht es überhaupt keinen Spaß, so wie ich ihn jetzt gebaut habe. Schmeiß den weg, ich brauche einen komplett neuen. Also ich bin nicht überzeugt, dass die Archetypen wirklich, also von einigen bin ich nicht überzeugt, dass sie gut gebaut sind. Aber sie taugen auf jeden Fall mal zum Testspielen. Dafür sind sie gut geeignet. Weil dafür müssen sie auch nicht gut gebaut sein. Sie müssen einfach nur funktionieren. Das ist richtig, ja. Ich glaube auch irgendwie, es gab ja auch irgendwie manchmal ein bisschen Berechnungsfehler oder so. Da gibt es ja auch Leute, die da immer nachfischen und so. Bis heute kosten Zwerge ein AP zu viel. Als Spezies. Das dürfen sie, weil sie sind halt Zwerge. Ja. Ein AP für Coolness. Mindestens. Ja. Also wie gesagt, viele, viele Wege, wie man an so einer, also ich, ich bin der Typ, der halt die Geschichten irgendwie erzählen will. Das ist, glaube ich, wenn man mich kennt, inzwischen klar. Mir sind die Werte nicht so wichtig. Deswegen rücke ich ja auch immer weiter ab vom DSA-Regelsystem. Aber das bietet halt schon einen Rollenspielaspekt, was ich gerade geschildert habe. Ich finde übrigens auch, innerhalb des Spiels kann man das auch nutzen. Also wenn man Eigenschaftsproben würfelt zum Beispiel, woran scheitert das denn bei der Kletterprobe? An der Körperkraft oder an der Geschicklichkeit? Das kann man auch immer erzählerisch nutzen. Also im Idealfall ergänzen sich System und Geschichte. Also DSA bietet ja gerade durch die 3-W20-Probe, wo eben drei verschiedene Werte in Klettern oder in Verstecken oder in Verkleiden oder in Geschichtswissen reinfließen. kann man das durchaus auch mit ein bisschen beachten und erzählerisch mit reinbringen. Ich glaube jedes Mal und dauerhaft ist es ein bisschen zu viel oder too much, aber so bei besonderen Punkten kann es durchaus schon mal was ausmachen. Es ist ja auch nicht verkehrt, also man hat ja nun mal nicht alle Werte auf 15 oder 16 jetzt, wenn wir von einem DSA, normalen DSA, fünf Charakter ausgehen und wenn man da gerade zum Beispiel die Proben sind ja durchaus gemischt, es gibt ja auch körperliche und geistige Werte, die zusammen in eine Probe reinfließen und wenn es an der einen Stelle scheitert und an der anderen Seite aber gut ist und die Probe trotzdem nicht gelingt, kann das schon mal spannend werden. An der Stelle finde ich, und das ist glaube ich, das ist Atas Tipp und den finde ich so, den finde ich bis heute genial, ist wie verteile ich am Ende bei DSA 5, aber da sind wir halt tatsächlich beim reinen Charakterbau, meine Eigenschaftswerte bei DSA 5. Das ist ja manchmal so eine Entscheidung, naja, kriegt der jetzt mehr Körperkraft oder kriegt der jetzt mehr Konstitution oder ähnliches. Mir kann Atta, glaube ich, selber mal erzählen, wie er mit seiner Stricheliste arbeitet. Ich finde diesen Tipp nämlich tatsächlich einer der genialsten Tipps, den ich je gehört habe zum Charakterbau. Ja, ich muss vielleicht vorwegnehmen, also Attribute, man kann sich ja auch anfangen und sagen, okay, wie mutig ist mein Charakter, wie klug ist mein Charakter? Das sind aber sehr abstrakte Werte und sehr abstrakte Eigenschaften, weil gerade wenn man so etwas, wenn man leicht ist, glaube ich, so etwas wie Körperkraft, Körperkraft, eine hohe Körperkraft hat einen Charakter, der einfach so ein, also ein typischer, ob ist es mal so ein typischer, wie heißt der denn, Strongman, also so richtig massig, der hebt halt Felsbrocken hoch, aber auch ein Sprinter hat eine hohe Körperkraft, weil der ja einfach auch Kraft in den Beinen haben muss oder einen Hochspringer, aber der hat einen ganz anderen Körperbau. Deswegen ist das oft, kann man das gar nicht so reduzieren oder auch, was heißt Klugheit? Klugheit ist immer wirklich klassische Bildung, deswegen mein Ansatz ist meistens zu schauen, welche Attribute braucht mein Charakter, das heißt, ich schaue mir einmal durch, quasi in welchen Fertigkeiten sind mir wichtig, bei magischen Gewaltencharakteren, welche Zauber und Liturgien sind mir wichtig, das sind meistens fast alle und dann mache ich mir ausführlich eine Strichliste, ich mache für jeden, jedes Attribut, wenn ich es brauche, einen Strich, markiere mir eventuell Attribute, die ich super wichtig finde, weil so, das ist der Bread and Butter Zauber, das ist beim Bewegungsmagier vielleicht der Transversalis, dann mache ich mir die extra fett, damit ich weiß, da muss ich auf jeden Fall gute Attribute drin haben und dann halt noch, dann schmeiße ich halt noch einmal rein, so bei Kampfcharakteren, einmal die Konstitution für die, und Mut für den Attackebonus und bei magischen Charakteren ist ja auf jeden Fall die, was ist denn, die Tradition, die Eigenschaft, die Leiteigenschaft wichtig, so die markiere ich nochmal separat und daraus verteile ich dann die Attributspunkte, sodass am Ende halt ich auch in den Dingen, in denen ich gut sein möchte, auch gut sein kann, wenn man Attribute mitspielen, weil Attribute ganz oft Proben auch ganz schnell kaputt machen können, wenn man nur eine 10 irgendwo hat und dann nur 20 würfelt, kann man ganz oft schon nicht mehr ausgleichen und dann ist halt wichtig, dass man die nötigen Attribute hat und deswegen, das ist ein rein gemistischer Ansatz, hat nichts mit, also man kann es höchstens darüber erklären mit diesem, ich möchte, wenn mein Charakter etwas gut sein soll, soll er auch gut darin sein, aber das mache ich bei all meinen Charakteren so und auch mache ich, wenn ich mit Leuten Charaktere baue, war mit Anfänger eben ganz oft so, dass ich das als Empfehlung an die Hand gebe, die können das immer noch persönlich vermessend verteilen und ich gehe da auch nicht immer komplett mathematisch vor, aber so als Grundordnung, damit ich weiß, was ist meinem Charakter wichtig und was nicht und was ist eben das Attribut, was ich kaum brauche und deswegen vielleicht auch gar nicht so sehr geübt habe. Aber was ich finde, wozu es automatisch fast schon führt, gerade wenn man in DSR 5 baut, ist es, dass ich einen logischen, in sich stimmigen Charakter am Ende habe, denn, also, sicherlich gibt es vielleicht auch Erklärungen für die 45 Kilo leichte, eine 1,50 Meter große Persönlichkeit, die mit einer Körperkraft von 15 aufwertet, bestimmt, für mich ist es später wichtig, dass ich alles, was ich so meinen Charakter kann oder nicht kann, alles, was ihn ausmacht, dass das erklärbar ist. Ich verstehe, was du meinst. Ja, also, wenn ich einen Sprintcharakter habe und er hat eben keinen Flink, sondern ist vielleicht langsam, dann sind das so zwei Gegensätze, die für mich nicht erklärbar sind. Also, ich check auch meinen Charakter, wobei das manchmal auch erst beim Spielen entsteht, so, wo sind vielleicht Unstimmigkeiten, was passt nicht zusammen, was könnte ich gar nicht erklären, was ich jetzt mache oder habe und wieso nicht und so entstehen dann halt auch andere Hintergründe oder Geschichten dahinter, die es vielleicht erklärbar machen oder es muss daneben angepasst werden oder es verändert sich auch etwas. Ich lasse mittlerweile tatsächlich auch gerne meine Charaktere sich ein bisschen nicht nur dahin entwickeln, wo möchte ich sie hin entwickelt haben, sondern was ergibt sich beim Spiel in der Entwicklung. Das heißt, was mache ich im Spiel? Es gibt vielleicht manchmal Sachen, die wende ich an, ich habe da gar keine Ahnung, aber man versucht sich ein, zwei, dreimal dran und dann sage ich, gut, da stecke ich jetzt meine Punkte rein, weil da hat sie oder er diese Fähigkeiten jetzt angefangen zu erwerben, auch wenn das vielleicht gar nicht mein Ziel war, aber es hat sich einfach von der Geschichte her ergeben. Das ist aber, ich will das nicht nur auf Werte beziehen, bei Werten macht es auch, also ich finde aus Spielleitung so die ersten 50 AP, die meine Gruppe bekommt, die sollen sie bitte verteilen, wie sie lustig sind und auch nicht nach dem, was sie getan haben, um quasi diese typischen Lücken, weil man merkt eigentlich immer, irgendwas hat man nicht gesteigert, was der Charakter können sollte vom Gefühl her. Aber ich sehe den Charakter auch immer, wenn ich Session 1 beginne, ist das immer noch eine Blaupause. Das ist kein fertiger Charakter, das ist ein Rohentwurf, weil er beim Spielen immer anders sein wird, als ich mir vorher vorgestellt habe, weil ich ihn anders spielen werde, als ich ihn vielleicht erst gedacht habe, weil ich dann intuitiver spiele und weil ich beim Spielen auch merke, so was, was möchte ich und so, wie ich es aus Gruppengefüge, wie füge ich mich da gut ein, was für Eigenschaften wären hier wichtig und was nicht. Und genauso mache ich es auch mit dem Hintergrund. Also ich lasse, das hattet ihr auch vorhin angeschnitten, ich kläre für mich, was für mich wichtig ist, um den Charakter in seiner heutigen Form zu erklären, aber ich lasse ganz bewusst viele Dinge einfach leer und aus, auch mit Charakteren, wo ich sage, die beiden Charaktere haben eine Beziehung, auch wenn beide Spielercharaktere sind, dann ist mein Deal immer mit meinen Mitspielenden jeder darf einfach improvisieren und improvisiert Dinge aus dem Hintergrund aufgreifen und der andere steigt einfach darauf ein. Wenn es gar nicht passt, redet man danach drüber, wie man das noch hinbekommt, aber in den meisten Fällen kann man halt dann direkt ein viel immersiveres Rollenspiel erzeugen, wenn eben auch zum Beispiel, also was du vorhin meintest, so wer sind die Eltern, was für eine Familie, das weiß ich meistens gar nicht. So die meisten meiner Charaktere haben keine Eltern, keine definierten Eltern, keine definierten Geschwister, aber es kann IP sein, dass ich in einem Moment denke, boah, in diesem Moment passt das total gut, dass mein Charakter zum Beispiel auf seinen Bruder verweist, den ich vorher nie definiert habe, aber hier passt es mir total gut und danach ist der offizielle Hintergrund, dann notiere ich mir das am besten noch irgendwo, damit ich dann später denke, wer er hieß und habe vielleicht auch vorher schon mal eine Namensliste für mich, damit er nicht immer Alrik heißt und dann spiele ich danach damit weiter und so wächst der Charakter so in den ersten fünf bis zehn Sessions erst wirklich zum Charakter heran und auch danach kann es auch passieren, dass neue Dinge hineinfließen, die ich vorher gar nicht hatte. Ja, also bei mir ist es ja auch erst durch das Gespräch entstanden und ja, also das ist ja schon fast so ein bisschen IT. Ja, ja, ich finde das halt auch spannend, wenn die Charaktere in Charakter entstehen. Also diese ganzen Fragen, die in dem Buch stehen, ich habe glaube ich noch nie alle Fragen durchbeantwortet, weil da auch einfach Dinge sind, die mir vielleicht gerade jetzt nicht wichtig erscheinen oder nicht relevant sind. Ich muss mir nicht ein komplettes... Ich muss, ja, es ist ein Leitfaden und dann kann ich mir das angucken und mir denken, jo, hier habe ich was, hier habe ich eben nichts und das entsteht oder ergibt sich einfach in dem Moment oder ich habe im Spiel plötzlich diese Idee und dann gehört das jetzt zu meinem Charakter dazu. Was ich mir aber oft dann mache, ist, wenn mir diese Ideen entstehen, auch wenn ich sie gerade vielleicht nicht ausspiele, aber ich habe so dieses plötzliche Gefühl, oh, das hatte meinen Charakter. Gerne notiere ich mir sowas wie in Rückblick-Tagebuchform für meinen Charakter. Das können Stichpunkte sein, das können aber auch irgendwie kleine Geschichten sein, die ich mir dann aufschreibe, wenn ich denn zum Schreiben komme, wo wie so eine kleine Rückblick-Geschichtskronik für meinen Charakter entsteht, auch wenn es nur in meinem Kopf entsteht. Das kann auch zwischen zwei Sessions entstanden sein, wo mir plötzlich Ideen einfallen und manchmal könnten auch solche Ideen entstehen und wenn man sowas dann zum Beispiel dem Spielleiter an die Hand gibt, wird der eine oder andere vielleicht sogar dankbar sein, weil er das einfach aufgreifen kann oder Dinge einfach nochmal irgendwie verknüpfen oder aufgreifen kann. Von daher sind solche Dinge eben so Kleinigkeiten manchmal gar nicht so schlecht sich zu notieren, aber auch darüber dann zu kommunizieren außerhalb des Spiels durchaus, finde ich interessant. Ich finde auch, es muss die Möglichkeit sein, auch selbst wenn man vorher mit den SpielerInnen, mit denen man zusammenspielt und mit dem Spielleiter abgesprochen hat, so ich spiele jetzt den, keine Ahnung, als Konzept den mutigen Krieger, so. Und dann geht die Session los und es passiert irgendwas im Spiel, vielleicht auch rein zufällig, wo der Krieger halt eben nicht mutig ist, weil dann, keine Ahnung, entweder weil er Würfelwurf versaut oder halt weil es gerade irgendwie nicht passt und man merkt so, hey, das, was Judy ganz am Anfang sagte, der Charakter redet mit einem, irgendwie redet das zu mir, dass der jetzt gerade nicht mutig ist. Was wäre denn, wenn der jetzt eben kein mutiger Krieger ist? so, sondern irgendwie so, so tut, als ob er mutig wäre oder es ist keine Ahnung, irgendwas, ne? Also man, man manchmal, also es geht natürlich nicht mit allen Charakterkonzepten, weil wenn man vorher ein paar Sachen abspricht, dann verlassen sich andere ja auch da drauf so, aber so im, im Kleinen, glaube ich, kann das ganz gut funktionieren. Oder halt im Vorfeld, wenn alle noch gar nicht so richtig wissen, wie die anderen, wie die anderen Charaktere ticken, so in den ersten paar Sessions, so. Ich finde, ich habe ein gutes Beispiel dafür bei mir auf dem Kanal. Ich habe ja Engel mal gespielt mit einer Runde, Chroniken der Engel und da haben alle Charaktere sich, also alle hatten so ein Konzept vorher, klar, weil es ist ja ein Rollenspiel und dann habe ich ja die Preludes mit denen gespielt, also wie ein, wie der Engel geboren wird quasi und wie er ausgebildet wird und ich glaube zwei oder drei von denen, die mitgespielt haben, haben nachher gesagt, nach dem Prelude war mein Charakter anders, als er vor dem Prelude war. Weil die Ereignisse in der Ausbildung und nach der Geburt meinen Engel so geprägt haben, dass das nicht mehr sein kann, was ich mir gedacht habe, was es ist. Ohne, dass ich das als Spielleiter wollte. Für mich war es einfach nur spannend zu sehen, wenn du hier so ein, so ein Hitzkopf spielen willst, wie kommst du denn mit der Hierarchie und der Struktur in einer Militärdiktatur, wie kommst du damit klar, wenn du Hitzkopf bist? Hab das dann ausgespielt, dass die indoktriniert würden. Ja, und dann war es vorbei mit dem Hitzkopf, weil es ging nicht mehr. Aber das fühlte sich halt auch für die SpielerInnen gut an, weil es war ein Prozess. Und deswegen bin ich auch ein Fan von Preludes, weil man dadurch mal oft seine Charaktere erst mal selber richtig kennenlernt, bevor man sie in die richtige Gruppenkonstellation reinschmeißt. Ich glaube auch, da kann man ganz auch wirklich dieses merken, ich habe mir das so vorgestellt, beim Spielen verfalle ich automatisch in ein anderes Konzept. Das kann sein, wenn man einfach so typisch, eben so sprachlich oder verhaltenstechnisch, also ich kann mir vorstellen, dass es so, also es gibt bestimmt genug Leute, die eigentlich mal gerne so den egoistischen, arroganten Kerl spielen würden, dann merken, boah, aber wenn halt da dieses arme Mädchen sitzt, dann kann ich da nicht einfach dran vorbeigehen und dann wird es zumindest gedämpft, diese Eigenschaft. Oder eventuell komplett umgekehrt. Dann merkt man, okay, eigentlich, ich kann diese Eigenschaft nicht spielen, aber zumindest andere Aspekte, denn Charakter ist immer noch spannend trotzdem. Dann passe ich den entsprechend an. Ich glaube, das gibt es ganz oft. Ich glaube, da sollte man sich selbst gegenüber auch immer offen und verzeihend sein und das einfach akzeptieren, wenn der Charakter beim Spielen nicht so ist, wie man sich vorgestellt hat. So einfach zu sagen, okay, aber offensichtlich macht es mir, also spiele ich ihn gerne so. Und manchmal ist es auch frustrierend, wenn man wirklich gerne was spielen würde und es einfach nicht richtig hinbekommt. Aber ich glaube, oft genug ist es eigentlich besser, wenn man ihn so spielt, wie man ihn dann gespielt hat, als wie man sich vorher vorgestellt hat. Aber Preludes können da sehr viel machen. Ich habe auch eben gerade gedacht, eigentlich müsste man für jeden Charakter ein Prelude schreiben, in dem diese 15 Fragen oder 20, ich weiß nicht, 20 Fragen, wie viele auch immer es sind, quasi abgefragt werden, damit man es quasi erstens E.T. und der Charakter das auch aus Charaktersicht schildern kann. Weil ich glaube, wenn man das einfach O.T. überspricht und dann halt sagt, ja, und Beowulf ist so und so gestrickt, dann verfällt man leichterein, immer noch diesem Bild zu bleiben, was man hatte, was eventuell auch zum Beispiel irgendwo inspiriert ist oder so was und noch nicht bald dahin gekommen ist, was man wirklich am Ende spielt und spielen kann und spielen will. Mal man Inspiration sich ja jetzt nicht nur aus den aventurischen Werken herholt. Also ich habe auch oftmals Charaktere aus oder Eigenschaften oder bestimmte, sage ich mal, Teile von, sei es aus Serien oder aus Büchern, wo ich mir denke, hey, das sind so Aspekte oder Teile oder Geschichtsteile, die, boah, die fände ich jetzt irgendwie cool nach Aventurien zu trans, naja, zu übertragen. so bleiben wir mal. Ja, genau. Und nicht immer funktioniert das halt gut, aber in gewissen Ansätzen oder Teilen kann es dann schon spannend sein und man hat natürlich, wenn es zum Beispiel ein Buch oder eine Serie war, man viel drüber gelesen hat, hat man ja auch viele Spiel- und Ansatzmöglichkeiten dann. Ja, aber dann ist halt auch wirklich, dann muss man erst gucken, ob das funktioniert, ne? Also ich hatte das jetzt bei der, ähm, bei der Sternenträger-Kampagne, bei mir hatte ich das auch, da ist ein Charakter später hinzugekommen, äh, spielt Elan, die Elanor spielt den und eigentlich war es so gedacht, dass es so eine Art Wednesday-Adams-Charakter ist, ne? So ein, total, äh, so ein, 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 so ein Makaber und so, ne? Und vielleicht ist das der Charakter auch noch, noch ist er nicht so lange dabei, aber bisher tauchte das, tauchte diese, tauchte dieser Aspekt, also ich als Spielleiter hab halt nur gesehen, aha, Wednesday-Adams als, als, als Konzept, bin mal gespannt, so. Und bis jetzt kam von diesem Aspekt überhaupt noch nichts rüber, einfach weil es in die Situationen bisher nicht reinpasste. Und der Charakter entwickelt sich gerade auch irgendwie sehr, sehr schnell irgendwo anders hin, wo Wednesday-Adams gar nicht mehr so richtig reinpasst. Und, ähm, dann muss man dem auch Platz geben. Also dann kannst du als Spielleiter auch nicht mehr irgendwie sagen, so, ne, hey, du, hast du mal hier gesagt, das willst du spielen. Also das ist, Wobei, also ich sage immer sehr selten so, oh, der Charakter ist jetzt inspiriert von oder durch oder nach erstellt. Also, selbst wenn ich das im Hinterkopf habe, verrate ich das nicht, weil es, ich, also ich hab's bis jetzt eigentlich noch nie so erlebt, dass wenn ich das etwas gesehen habe oder gelesen habe, dass ich dann so gespielt habe, wie sich vielleicht andere vorstellen oder wahrnehmen. Auch bei einer Serie gibt es unterschiedliche Wahrnehmungen. Auch wenn ich die gleiche Serie schaue, nehm ich Personen durchaus, nehm unterschiedliche Zuschauer, die Personen unterschiedlich wahr. Und ich schaff's sowieso, das nicht nachzuspielen. Erstens bin ich kein Schauspieler und zweitens ist es nicht mein Ziel, den Charakter nachzuspielen. sondern da fließen natürlich eigene Sachen mit rein und ich interpretiere das vielleicht auch anders. Deswegen sage ich sehr selten, ja, die Idee ist von Person XY entstanden. Aber in meinem Kopf ist das vielleicht im Hintergrund und ich hab etwas, wo ich vielleicht mich etwas nachrichten kann oder wo ich sage, merke, ja, war Idee ganz gut, aber mein Charakter macht einfach was ganz anderes. Und das ist auch der Moment, wo meine Charaktere tatsächlich Leben bekommen. wo ich dann sage, die reden mit mir, weil die tun vielleicht auch etwas ganz anderes, als was ich mir vorgestellt habe. Und in dem Moment kann man dem ruhig, finde ich, Platz lassen. Das ist dann wie so ein Experiment, sich drauf einlassen. Und wenn man sich damit wohlfühlt, ist es super. Wenn man sich natürlich schlecht fühlt, dann weiß man, dass es in die falsche Richtung ging. Ich finde, das ist gerade ein totaler Aha-Moment, auch für mich so. Da hab ich, glaube ich, eben auch schon mal ganz kurz drüber nachgedacht, hab's dann so wieder verworfen, weil wir ein anderes Thema hatten. Aber das, was du gerade sagst, ist, finde ich, total wichtig. Die Wahrnehmung von ganz normalen Charakterkonzepten, von so Stereotypen. Der mutige Krieger. Also, wenn wir drei jetzt, alle drei mutigen Krieger spielen, ich bin hundertprozentig überzeugt, der ist bei jedem von uns dreien anders. weil jeder irgendwie eine andere Vorstellung davon hat, erstens, was ist ein Krieger und zweitens, was ist ein mutiger Krieger? Und, ähm, da finde ich diese Sache, die du gerade gesagt hast, echt spannend. Also, das konzipiert, das kristallisiert und konzipiert sich ja erst aus, wenn dieser Charakter in der Welt, in der Gruppe agiert und dann zeigt, was für den Spieler mutiger Krieger bedeutet. Hm? Ich glaube, da sind wir auch am Punkt, weil Inspiration auch wieder, weil, egal wie sehr ich mich inspirieren lasse von einem Charakter, dieser Charakter kommt eben in einem Film, einer Serie vor, die auf diesen Charakter geschrieben wurde, damit dieser Charakter so ist, wie er da auftaucht. Das wird man im Rollenspiel nie haben, weil erstens ist man nicht alleine und zweitens schreibt das halt jemand, da ist immer jemand mit beteiligt, der mit einem anderen Interesse vielleicht dahinter reingeht. Man wird nie, die Story nachproduzieren, weil man sie nicht eins zu eins nachspielen möchte. Dementsprechend hat man eine ganz andere Situation, in der ein Charakter auch einfach anders reagiert und da kommen wir auch in den Punkt, wo, glaube ich, auch jeder diese, wo man verschiedene Ansätze für Verhalten alle verargumentieren kann, ohne dass man den Charakter bricht, selbst wenn man ihn eins zu eins nachspielen möchte, aber trotzdem zu verschiedenen Ergebnissen kommt. Deswegen, glaube ich, im Schritt vorher schon, also man, ich finde Inspiration nicht schlecht, nicht schlimm. Was ich, glaube ich, immer gut finde, ist, die Inspiration sollte nicht, sollte nicht offensichtlich oder durchscheinend sein. Also man kann sich inspirieren lassen, aber zum Beispiel, wenn ich sage, ich lasse mich von diesem Charakter inspirieren, dann mache ich ein komplett anderes Äußeres. Dann habe ich den inneren Charakter, das inspiriere ich, mein Verhalten ist komplett anders. Wenn ich sage, boah, ich finde das äußerlich mega geil, dann gucke ich, wie kann ich das in der Spielwelt so ähnlich darstellen, aber spiele dann was komplett anderes, dass dieser Kontrast sofort da ist, weil ich glaube, wenn es zu inspiriert wird, wird man nämlich, selbst wenn die Gruppe sich gut darauf einlassen kann, ich glaube, vielen Leuten ist es auch total frustrierend, wenn die Leute einfach denken, ja, ich spiele jetzt hier halt, keine Ahnung, also klassische Klassiker ist, glaube ich, im Rollenspiel immer Geralt von Riva aus der Witcher-Reihe, den findet man, glaube ich, ständig, dass der irgendwo nachgebaut wird. Da vermeidet man auch, dass Leute, selbst Leute sagen, ich finde das cool, wenn du Geralt von Riva in Aventurien spielst, dass die sich dann denken, ja, aber das ist doch gar nicht Geralt, wie du ihn spielst. Also so ist Geralt nicht. So ist mein Geralt nicht in meiner Vorstellung, sondern man sollte halt dann immer gucken, wenn man sich inspirieren lässt, sich auf Aspekte konzentrieren, die nehmen, sich davon inspirieren lassen und das drumherum ändern, damit da direkt, damit da gar nicht erst eine Erwartungshaltung aufkommen kann, weil ich glaube, da kann man ganz schnell auch in der Gruppe sehr viel Frustration erzeugen, wenn die Erwartungshaltung einfach enttäuscht wird, selbst ohne, dass man es beabsichtigt hat. Also kompletten Charakter aus einem Film oder ähnliches Nachspielen ist genau, was Atta sagte, ist vielleicht nicht unbedingt die beste Idee, denn das Nachspielen muss auch nicht unbedingt in diesem Abenteuer passen. Aber eben Teile draus zu nehmen, also zum Beispiel mein Charakter, einer meiner Charaktere, den ich aktuell spiele, der ist durch viele Dinge inspiriert, auch durch, ohne Charaktere, aber es gibt, mir kam da die Idee, das entstand so mit einem Gespräch mit dem Meister, mit einer Peitsche und das wurde dann so ein paar Eigenschaften durch Indiana Jones inspiriert. Und der Charakter ist dann eben so ein bisschen draufgängerisch, durch Indiana Jones. Aber das ist halt dann so eine Eigenschaft, die da so entstanden ist. Ja, und dann habe ich halt DSA-mäßig, auch wenn es ganz, gänzlich uneffektiv ist, den mit einer Peitsche vor man es beispielsweise ausgestattet. Aber... Das ist ja eh sowas, was ich irgendwie auch total komisch finde. Das ist uneffektiv, das kannst du dem Charakter nicht geben. Klar kannst du das dem Charakter geben. Doch, natürlich. Ich glaube, das hatten wir auch im Thema Gruppen. das kannst du dem Charakter geben, aber du sollst in der Gruppe einen Konsens haben, bauen wir hier straight effizient oder bauen wir straight fluff. Weil wenn die Gruppe gemischt ist, wird es meistens nicht gut funktionieren, weil die effizienten Charaktere beim Würfeln dann alles ausscheinen und die Fluff-Charaktere sich dann, selbst den Dingen, die sie können sollten, nicht glänzen können, weil selbst die effizienten Charaktere wahrscheinlich besser sind darin, weil sie so effizient gebaut sind. Ich glaube, das ist gut, wenn man dann Konsens hat, wie die Charaktere ausgestaltet werden. Ob man sagt, wir spielen effektive Charaktere, das können auch gute Charaktere sein, auch stimmige Charaktere, auch spielerisch tolle Charaktere oder wir spielen Charaktere, die eben nicht optimiert sind, sondern die halt alle so ein bisschen vielleicht so ein bisschen ironisch sind oder vielleicht auch einfach so ein bisschen kreativ sind in ihren Fähigkeiten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man da so ein bisschen Konsens schafft oder vorher darüber spricht, was man spielen möchte, damit da nicht der eben dann kommt halt jeder, der sagt, ich bin halt der Peitscher von Gareth und kämpfe nur mit einer Peitsche und dann denkt sich, ja, ich habe halt einen komplett durchmaximierten durchmaximierten Diebelden. Deine Peitsche kann mir gar nichts, obwohl du super viele Punkte reingesteckt hast, weil es einfach kein effektiver Kampfstil ist. Eine Sache hätte ich noch zum Abschluss, weil wir sind jetzt schon wieder über die Stunde. Einen Aspekt haben wir noch ein bisschen außen vor gelassen, den ich eigentlich ganz wichtig finde, nämlich den Aspekt der Verknüpfung des eigenen Charakters mit den anderen Charakteren. Wie stellt ihr das her, dass das irgendwie stimmig ist? Ich finde, das ist eine Sache. Ja, ich glaube, das ist, ja, das kann sein. Ich glaube, das ist eine Sache, die man im Idealfall vorher in der Gruppe ganz am Anfang, wenn man sich das erste Mal so die Gruppe hat sich zusammengefunden, bespricht. Das kann auch in diesem Prozess sein, so wer spielt was, weil da gibt es hier die kompletten Extreme von wir spielen Konzeptgruppen, da haben wir in irgendeiner Folge schon mal drüber gesprochen, über das Thema Konzeptgruppen, die heißt, glaube ich, auch so die Folge, bis hin zu diesem klassischen vier Charaktere sitzen unabhängig in Taverne oder vier Charaktere werden durch ein Solo zusammengeführt oder dieselben Auftraggeber, dieselbe Auftraggeberin. Man kann auch eine Mischung fahren, was bei einer Mischung, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man nicht zwei Gruppen entsteht, dass man einen guten Grund hat, warum sich diese kleinen Gruppen dann zusammen tun und zu einer Gruppe zusammenwachsen, wenn man sonst leichter rein verfällt, dass man parallele Gruppen hat, die nur dasselbe Ziel verfolgen, gerade zufällig. Ich glaube, das ist nämlich immer von abhängig, was man am Anfang sagt, also die Spielleitung kann das eventuell voraussetzen, was je nach Abenteuer auch unterschiedliche Ansprüche sein kann. Für manche ist es sehr gut, wenn die Gruppe sich schon kennt, für manche ist es unnötig oder vielleicht sogar störend. Und dann geht es, glaube ich, darum, ob man sagt, okay, gerade diesen Prozess, dieses Wer spielt was, zu sagen, hey, das ist ein Konzept, das ich Bock hätte, ich habe dein Konzept gesehen, hier, das ist die Idee, ich werfe dir mal zu, wenn du Bock hast, gerne und wenn nicht, dann lassen wir es und dann bauen Weh-Charaktere getrennt. Ich finde es immer sehr lohnend, wenn Charaktere sich schon vorher kennen, weil man dann eben genau auf diese Sachen Zug nehmen kann, so diese alten Geschichten. Also in unserer Theaterritterrunde haben wir ja, wurden quasi unser Ritter und der Knappe sind nur ein paar Jahre auseinander und sind im selben Hof groß geworden. Und dann hatten wir halt, also das ist wirklich so ein Dauerbrenner, worüber war Prajowald, der Prajosgeweihte Hauslehrer, der Prajosgeweihte gleichzeitig auch der Hauslehrer für die eben die artigen Knaben war, der dann immer wieder auftauchte, der auch einfach irgendwann mal entstanden ist, der vorher überhaupt nicht wichtig war, den wir vorher auch nicht entschieden hatten. Aber dadurch, dass sie sich kannten, konnte ich den reinwerfen und Basti konnte mit Ronde darauf reagieren und dadurch war Prajowald plötzlich gesetzt und es waren NSC, die mehrere Leute kannten. Also eigentlich alle, weil es so eine Konzeptgruppe war, wo sich alle vom selben Hof kannten. Es ist dann, ja, durch sowas entstehen dann, das meinte ich auch vorhin mit, mit sozusagen Vergangenheitsgeschichte, die dann im Spiel entsteht, die ist also nicht vorher gesetzt, sondern durch kleine Verbindungen entstehen plötzlich Geschichten, die vorher stattgefunden haben und die man dann so richtig schön einbringen kann und die es unheimlich spannend machen oder interessant machen, wo man sich denkt, so, boah, wer hat sich das vorher ausgedacht? Hat man aber gar nicht, sondern das ist halt im Spiel entstanden. was ich aber zum Beispiel wichtig finde, was aber nicht immer geht oder passiert ist, wenn man, sag ich mal, eine Gruppe hat, wo vielleicht zwei Charaktere oder zwei, zwei Charaktere noch schlimmer, Verbindungen haben miteinander, dass man versucht, im Spiel diese Verbindung zu kreuzen. Das heißt, die, die keine gemeinsame Vergangenheit haben, dass sie sich jetzt Gemeinsamkeiten durch irgendwelche Geschehnisse, Ereignisse oder Unternehmungen, dass da eine Verbindung geschaffen wird, damit man nicht am Ende so eine halb gesplittete Gruppe hat. Die eine hat ihre Vergangenheit, die andere hat ihre Vergangenheit und eigentlich agieren sie jetzt nur, weil sie vielleicht zusammen müssen, sondern richtig schön oder ideal ist es dann auch, wenn eben Verbindungen entstehen und sie gemeinsam eine Geschichte haben, die sie auch verbindet, wo am Ende eben nicht diese zwei Gruppen dann auseinander gehen, jeder seines Weges, weil man die Vergangenheit hatte, sondern weil jetzt gewisse Dinge entstanden sind und ja, Querverbindungen entstehen. Ist dann ja auch ganz cool zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie, du hast zwei beste Freunde auf der einen Seite und auf der anderen Seite und dann entwickelt sich während dem Spiel halt zwischen diesen beiden Zweiergruppen irgendwie, keine Ahnung, eine Romanze, wo zwei sich irgendwie zusammenfinden und dann sind die beiden Gruppen irgendwie zusammen, weil die zwei Freundesgruppen verschmelzen. Ja, irgendwie sowas könnte man machen zum Beispiel. Wobei Romanze im Rollenspiel ja immer noch ein neues Thema ist, das können wir jetzt nicht auch noch auf. Dazu könnte man glaube ich schon fast eine ganz eigene Folge machen. Ja, können wir mal über die Liebe in Aventurien, können wir über Raja oder so sprechen. Aber ansonsten würde ich sagen, haben wir das auch ganz gut hingekriegt, dass wir ein bisschen beleuchtet haben, wie wir an Charaktere und Charakterbauen herangehen. Wir haben sogar ein bisschen was über Werte geredet. Ganz kleines bisschen. Aber über Werte kann man... Ganz kurzer Einwurf. Bei mir ist, also Werte ist mein vorletzter Schritt. Also ein Charakter steht quasi fertig im Kopf, dann brauche ich einen Charakter und bei den Werten ändert sich der Charakter, weil man meistens nicht alle Werte haben kann, die man vom Bild her hätte haben müssen. Und beim Kürzen entscheide ich dann, okay, es gibt gewisse Teile des Hintergrundes, die ich ändere in der Hinsicht. Entweder indem ich sage, okay, das sollte er vielleicht von seiner beruflichen Erfahrung her können, warum kann er es nicht oder sieg, warum kann sie es nicht? Oder dass ich halt sagen muss, okay, diese Teile des Hintergrundes muss ich gerade einfach streichen, weil sie punkte technisch abzudecken sind. Also Punkte haben tatsächlich auch Einfluss auf die Geschichte, indem ich den Charakter eben versuche, die Geschichte stimmig zu bauen und meistens einen begrenzten Abhebholab, der selten dafür reicht. ist halt das Prinzip vorwärts und rückwärts schauen, also in beide Richtungen flexibel sein und somit einen Charakter eben entstehen lassen. Genau. Ja, wenn ihr noch Ideen irgendwie oder Ansätze, Themen zu dieser Sache habt, gerne immer in die Kommentare oder per E-Mail an uns. Wir nehmen da alles. Auch jede Bewertung, wo sie möglich ist, immer nehmen wir immer gerne. Und falls ihr irgendwas anderes nochmal besprochen haben möchtet, dann sagt uns das ruhig. Wir haben ganz spannende Anfragen bekommen von jemandem, der nochmal auf unsere Elfen-Folge reagiert hat und will mehr zu Elfen wissen zum Beispiel. Und da habe ich direkt bei uns in die Themensammlung reingeschrieben. Ja. Und ihr habt daraus auch noch ein extra Thema generiert, nämlich das Thema LARP, weil die Person nämlich aus dem LARP kommt. Und DSA und LARP finde ich auch ein spannendes Thema. Wo kann ich jetzt persönlich nichts dazu groß sagen, aber vielleicht kann man die Person, die sich da gemeldet hat, die hat auch schon gesagt, sie würde vielleicht auch mal mit uns reden, auch wenn sie noch Anfängerin ist. Aber vielleicht, wenn ihr da draußen was über DSA und LARP wisst, dann meldet euch doch auch mal, dann können wir darüber auch mal eine Folge machen, weil ich finde das eigentlich ganz spannend, wo so da die Unterschiede sind zwischen dem Tischrollenspiel und dem Bar. Auf jeden Fall. Oder wenn ihr irgendwo für euch irgendwo Wissen habt oder euch spezialisiert habt oder was auch immer und sagt, hey, darüber könnt ihr mal reden, meldet euch einfach. Genau. Ich bin der, keine Ahnung, Experte für Feenpakte. Und dann reden wir einfach einfach nur für Feen. Es müssen ja nicht gleich Feenpakte sein. Also ich denke, wir haben es für heute. Vielen, vielen Dank, Julie. Vielen Dank, Atta, fürs Quatschen und für die Einblicke und für die Erleuchtung. Danke dir, Koali. Wir hören uns und sehen uns hoffentlich gerne gesund nächsten Monat wieder zu einem völlig anderen Thema, das jetzt noch gar nicht da feststeht. Da lassen wir uns was einfallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi. Tschüssi.